Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Wir sind immer noch in Afrika. Ich habe mich nach der letzten Folge noch ein bisschen um alles gekümmert. Wir sind jetzt fast bei 4 Sternen, die Besucher steigen. Und das Geld ist okay. Wir haben jetzt nur noch ein paar Aufgaben. Und zwar, ich habe schon Tiere freigelassen, das ist kein Problem. Ich hatte eh viel zu viele. Wir brauchen noch zwei neue Gehegetierarten. Also, die sich vermehren. Die Geparden sind bald schwanger. Also, einer sollte schwanger sein. Und ich habe für euch keinen Futtertrog, sehe ich gerade. Und wir müssen noch die Löwen bauen. Und wenn die sich dann vermehren, ist alles gut. So, ein Essens-Tablett in groß. Das sehen dann auch die Leute dann schön. Seid ihr denn überhaupt glücklich? Ah, nicht ganz. Ah, die Ernährung könnte besser sein. Und Spielzeug habt ihr gar nicht. Das werden wir doch gleich mal ändern. Und zwar auf Art. Dann gehen wir auf Gepard. Und ich habe immer noch nichts davor. Stimmt, das war das Problem. Ha. Was machen denn meine ganzen Forschungsleute die ganze Zeit? Auf jeden Fall werden wir heute den Goldstern erreichen. Dann war es das mit Afrika. Das ging auf jeden Fall viel, viel schneller als mit Kanada. Da musste ich aber auch sehr viel allein bauen. Hier muss ich noch ein bisschen optimieren. Ne, immer noch Elefanten. Was macht ihr denn? Einer macht doch... Geparden. Kommt aber scheinbar nicht voran. Der, der die Elefanten macht. Du sollst mal... Du hast anscheinend viel Zeit. Geh mal da ran. Ray kommt da nicht wirklich voran. Ja, guck mal hier. Dieser eine Arzt. Der macht schon was aus. Ich stelle einfach nochmal einen Arzt ein. Ich glaube, drei Leute sind eh viel zu wenig. Ähm, Mitarbeiter. Und Tierarzt. Ansonsten habe ich mich, ähm, damit beschäftigt, dass die Leute besser ausgebildet werden. Denn alle meine Verkäufer sind, ähm, Stufe 1. Und konnten diese ganzen Leute nicht gerichtlich bedienen. Da wurden sie unfreundlich und wollten nicht mehr. Und ich habe neue Geschäfte aufgestellt. Auch wenn es blöd aussieht so in der Wand. Obwohl so blöd sieht es gar nicht aus. Aber die Leute hatten alle Durst und das hat mich irgendwie gestört. Durst muss hoch, Hunger muss noch ein bisschen hoch. Bildung geht ganz langsam, aber stetig. Und ich weiß nicht, was Energie bedeutet, ehrlich gesagt. Ich kann doch nichts dafür, dass die Leute keine Energie haben. Trinkt mehr Zucker statt dieses Wasser hier. Darum habe ich auch Geldbier aufgestellt. Und? Ähm, warum stehst du eigentlich noch hier? Weg. Ähm, ich habe die Bahn abgerissen. Denn die war mir im Weg. Ich habe sie eh nicht benutzt. Ich habe dadurch ein bisschen Geld dazu bekommen. Und, ja, also irgendwie das Konzept mag ich. Aber eher so, wenn ich selbst baue. Denn das hier hat überhaupt nicht funktioniert. Ich werde jetzt noch das Löwengehe bauen. Dürfte ein schöner Platz dafür sein. Und dann müssen wir noch die, darauf warten, dass die Leute hochgehen. Ich hoffe, das klappt. Oh Gott, Leute. Ich habe einen riesigen Fehler hervorgerufen. Dadurch, dass ich die Bahn abgerissen habe, sind alle Gehege nicht mehr gültig. Und was machst du da drin? Äh, rausholen. Weil die mehrere Eingänge plötzlich hatten, nicht genutzt werden. Und ich habe die jetzt weggemacht. Aber der Fehler ist nicht weg. Ich weiß nicht, wie wir tun sollen. Ich habe die ja auch schon zugemacht. Also irgendwas habe ich hier noch falsch. Und ich muss herausfinden, was. Oh Gott. Der Elefant hat das Tor eingerissen. Okay, ich finde den Fehler auch nicht. Bist du jetzt frei? Der Park ist nicht... Warum? Achso, weil das alle keine Gehege mehr sind. Ich habe auch überall schon alles weggemacht. Ja, Elefant, komm, sei... Er hat hier hingekackt. Okay. Ja, seid frei. Wir laden gleich nochmal neu. Los. Und da laufen sie. Vovor laufen sie weg. Tiers entkommen. Das Zebra, hey. Oh, da. Hey, da läuft es. Sei frei. Hauptsache. Ah, schön. Ist nur die Stieren kommen. Krass, und alle laufen weg. Oh Gott, Chaos. Ein Zebra ist ausgebrochen. Okay. Schön. Ich lade jetzt nochmal neu und lösche nicht die Bahn. So, da sind wir wieder. Ich habe alles wieder hinbekommen wie vorher. Ich habe es sogar teilweise verbessert. Ich habe tatsächlich ein paar Geschäfte aussortiert. Also, ich habe die ganzen Wassergeschäfte weggemacht und durch Burger und Ballons und irgendwas Süßes gemischt. Und die Energie ist hochgegangen. Durst ist zwar immer noch ein Problem, vielleicht weil es hier so heiß ist in Afrika. Und die Bildung stockt ein bisschen. Ich habe es hinbekommen, dass die Leute hier reingehen und nicht nur immer hier sind. Das war ganz bescheuert. Und Geldautomaten. Sehr praktisch. Ansonsten habe ich meine Leute wieder ausgewählt. Ich habe mich um den Müll gekümmert. Oh, Tiers gestresst. Warum? Oh, weil du keinen Rückschritt hast. Ich habe mich hier nie drum gekümmert. Das muss ich jetzt mal tun. Pause. Ich mache das eben und dann erzähle ich weiter. Okay, die Geparden sind glücklich und die Springböcke betreiben in Zucht. Das ist jetzt nicht so geplant gewesen, aber egal. Meine Güte. Ach ja, übrigens. Wir haben auch einen kleinen Geparden. Oh Gott, ist das laut hier. Ich muss meine Kopfhörer mal einfach runterdrehen. Oh. Oh, du bist süß. Ich glaube, du warst auch noch süßer. Hätten wir vorher geguckt. Ah ja, du bist jetzt schon ein Jahr alt. Oh Gott, du bist schon ein Jahr alt. Kommt mir gar nicht so vor. Die Geparden sind jetzt glücklich. Was habe ich denn dafür geleitet oder einem niedrigen Wohlbefinden? Das habe ich doch schon. Sozialverhalten. Stress. Ja, das habe ich gerade geändert. Ihr kommt klar. So, ansonsten noch eine Forschung. Da hast du die Springböcke, die alle in Zucht betreiben. Gibt es eine Krankheit, die in Zucht... Wahrscheinlich kriegst du die jetzt alle. Keine Ahnung. Es werden sehr glückliche Tiere. Ich weiß es nicht. Es läuft hier alles irgendwie nicht so lustig. Dieser ganze Zoo ist so schlecht geplant. Irgendwie war hier auch ein Laden drin, der die Leute die ganze Zeit gestresst hat, weil dahinter der Transformator steht. Das ist so bescheuert. Sag ich mal. Und was tut dieses Schild da? Das sollte hier gar nicht sein. Naja. Ach. Okay, hier ist jetzt wirklich nichts mehr. Vielleicht kann ich da noch was hinmachen. Ich wollte auch ein paar Vivarien platzieren. Wollte ich noch erzählen. Habe ich auch schon getan. Eins mit Spinnen hier. Ich habe da gar keine Spendenbox, sehe ich gerade. Ich denke eh nicht, dass da viele Spenden zusammenkommen werden, aber warum nicht? Na, wo ist sie? Da. Sind die überhaupt schon drin? Sind die glücklich? Das Layout gefällt dir noch nicht ganz. Und das Klima aus irgendeinem Grund, nicht? Jetzt. 28. Okay. Und hier ist nicht ausgewählt. Umgebung. Okay. Perfekt. Jetzt kann ich noch die Fenster links-rechts schließen. Äh, das nicht. So. Und beim Layout habe ich glaube ich aber nichts. Ne. Gar nichts. Na, könnte ich mal erforschen. Bei Zeiten. Aber. Erstmal war es das hier. Es läuft. Die Leute sind glücklich. Es werden langsam immer mehr. Ich werde am Ende einfach Vivarien platzieren. Oh Gott. Mein Geld ist bald leer. Ich habe zu viel gebaut, oder? Äh. Steuern. Kontinuierliche Ausgaben. Käufe 54. 50 nur. Kontinuierliche Ausgaben. Tierfutter. Lohnkosten. Zucket. Zucket. Rückerstattungen. Oh. Das ist aber nicht schön. Stromkosten. Die Rückerstattung können, sollte ich mal überprüfen. Was hat Goodwin mir für den Park hier gegeben? Nein, das wollte ich nicht. Ich will Eingang. Ich will Eingang. Hölle Steuerung. So. An sich. Sehe ich hier nichts dazu. Super. Wo sehe ich das denn? Gäste. Es ist heiß. Ist das größte Problem. Durst haben nur noch 13%. Sieht jetzt voll aus. Ich gehe woanders hin. Okay. Okay. Noch mehr Galpies. Aber warum denn Rückerstattungen? Und ich versuche mal, den Preis wieder ein bisschen anzuheben. Das habe ich schon mal gemacht. Oh nein. Jetzt habe ich hier Demonstranten. Proteste. Tier gegen das wir demonstrieren. Das fühlt sich doch ganz... Okay. Okay. Jetzt nicht mehr. Was ist da los? Ah. Tier ist gestresst. Sozialverhaltenstress. Versucht sich zu verstecken. Wo bist du? Da bist du. Du kriegst jetzt einfach noch mehr Einrichtungen. Und zwar ganz hinten. Guck mal. Das ist doch mal ein tropisches... Irgendwas. Bitte. Bitte entspann dich schnell. Hier. Noch mehr Stroh. Sogar oben drauf. Kannst gerne draufklettern. Ach. Das habe ich jetzt als Gruppe gemacht. Wirklich? Na egal. Obwohl. Ist das egal? Ich weiß es nicht. Ich verstehe die Gruppen eh nicht. Das passiert immer so automatisch. Ich brauche einfach nur noch einmal. Das tut mir echt leid, Leute. Aber mittlerweile ist die Zoo so stressig für mich geworden. Dass ich nicht mehr den Kopf habe. Irgendwie alles schön zu machen. Äh. Mittel. Und nur einen extra großen. Viel zu groß. Okay. Das wird automatisch zur Gruppe durch das blöde Ding. Aber ich denke mal, das geht. Als Rückzugsort. Das kann ich doch auch hier gucken. Tierwohl befinden. Zucht. Gehege. Rückzugsort. Gepard. Dort und dort. Okay. Du hast jetzt sehr viele Rückzugsorte. Such den aus. Bitte. Schnell. Das Wohlbefinden ist null. Was ist denn? Du stehst da auch nur rum. Langsam bin ich nicht mehr schuld. Was machst du jetzt? Okay. Der Stress geht runter. Wir gucken uns das mal kurz an. Ja. Das wird besser. Okay. Ich sag einfach blöde. Nein. Bleib. Bleib. Bleib locker. Dann ist alles gut. Ich habe keine Ahnung, wo die Demonstranten sind. Ich hoffe mal, sie haben sich verzogen. Hier sind sie nicht. Oh Gott. Das Geld ist auch... Ist ja schrecklich. Wer hat diese Wege so schmal gebaut? Hier ist noch ein Demonstrant. Ja. Was ist... Ihnen geht es fast sehr gut. Aktivisten sind erzöhnt über die schlechten Zustand einiger deiner Tiere. Kümmere dich besser um die Tiere. Um die Aktivisten werden wieder gehen. Das Tier ist doch super. Ja. Ja. Jetzt gehen sie. Ah. Schön. Okay. Wir... Sauberkeit eines Geheges. Ist fragwürdig. Äh. Tierpfleger. Dann... Forschung. Okay. 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 So. Was ich immer noch brauche, sind Löwen. Löwen werden auch neue Zuschauer anlocken. Und die müssen sich vermehren. Und dann haben wir es. So. Das heißt, ich werde mich jetzt endlich hier ums Löwengehege kümmern. Das Dumme ist, die Autos fahren da hinterher. Und ich kann da keinen Eingang bauen. Ist jetzt die Frage, ob das hier als Eingang gilt. Ist da eine Tür oder so? Oh, tatsächlich ist da... Nee. Ist da nicht. Ich kann es ja mal versuchen. Aber ich... Nee. Dann fahren die durch Löwen durch. Durch den Löwengehege. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ähm. Ich werde hier einfach einen Weg bauen. Ja. Das mache ich. Ach so. Äh. Ja. Ich hatte ein paar Probleme. Das Ganze ist jetzt 20 Minuten her, seitdem ich gesagt habe, ich mache das Löwengehege. Ja. Haha. Ich darf hier nicht bauen, weil der Weg scheinbar vorbestimmt ist. Ich verstehe das Szenario manchmal nicht. Ich musste zwei Elefanten verkaufen, weil mein Geld knapp wird. Die Leute sind gerade so mittelmäßig zufrieden. Eigentlich nur wegen Durst, sonst ist alles okay. Ähm. Die Demonstranten waren wieder da und sind gleich wieder abgehauen. Denn dem Geparden war immer noch alles zu stressig. Und ich habe jetzt einfach das Gepardengehege geteilt und mache jetzt hier einen Löwengehege hin. Und weil ich irgendwo rein musste, habe ich jetzt so einen bescheuerten Weg gebaut. Und ich muss, ich konnte, ich wollte das hier nicht ändern, also habe ich das hier so gebaut. Ich freue mich einfach, wenn Afrika vorbei ist. So. Wir geben es auf jeden Fall in Tierhandel. Ähm. Auf den Tiermarkt und kaufen ist afrikanische Löwen. Ah. Mit den Freilassenspunkten. Okay. Das ist gut, denn ich habe kaum Geld. Ähm. Die Werte sind mir eigentlich gerade egal. Hauptsache ein Männchen, ein Weibchen. Dann dürft ihr hier hinkommen. Das ist dann geplant. Und dann kümmern wir uns wieder noch um die. Ach. Gottchen. Die, ähm. Ähm. Besucherzahlen steigen langsam. Ich hoffe, das bleibt so. Vor allem, wenn jetzt noch die Löwen kommen, kommen die auch bis hier hinten hin. So. Da kommen die Löwen. Was ist hier mit den Tieren los? Niedriges Wohlbefinden. Immer noch gestresst. Ja. Dann kuschel dich hier. Kuschel dich doch hier ein. Du hast es sogar mehrere Orte. Niedriges Wohlbefinden. Ja. Die sind alle gestresst. Und ich weiß nicht warum. Du entspannst da sogar hinten. Ähm. Ja. Mach das öfter. Ansonsten muss ich hier noch die Sauberkeit überprüfen. Oh, hallo, Herr Löwe. Hat gleiche. Ne. Das ist ein schwarz. Ich dachte, er hat hier hingeschissen. Na, den gucken wir uns aber kurz an. Wir haben uns gar keine Tiere anguckt in Afrika. Ui. Es tut mir auch leid. Irgendwie bin ich heute etwas sehr gestresst. Das ist genauso wie die Geparden. Hehehe. Okay. Ähm. Ich brauche noch eine Sache. Und zwar, das ist eine Wasseraufbereitungsanlage. Das ganze Wasser hier ist verdreckt. Ich musste schon an anderer Stelle eine bauen. Und das macht die Tiere krank. Und das ist dann wiederum nicht so geil. Ich hoffe nur, ich kriege hier noch eine hin. Irgendwie. Ach, kommt schon, bitte. Sonst muss ich die Ecke dann auch wegbauen. Ach, dann fahren die Gäste in dem Auto immer dann lang. Das ist ja bescheuert. Ich brauche eigentlich... Ist das okay, wenn die hier wäre? Das ist eine berechtigte Frage. Ich verstehe doch nicht. Der Rabe... Hm. TBR-Bearbeitung. Viel geschlagen. So, warte. Da war gerade ein Weg. Da. Okay. Ist das Wasser jetzt hier besser? Ja, das... Ja. Okay. Gewässer wird aufbereitet. Das ist schön. Gut, dann hätten wir das Problem auch schon mal. Zweiter Löwe kommt. Wir gucken jetzt mal, ob es denn jetzt gut hier geht. Das Gelände. Ist groß genug. Jetzt kommt auch einer rein, da wird es etwas kleiner. Aber ich denke, es ist groß genug. Na? Ja. Leicht. Gut, du hättest gern mehr Gras. Das können wir dir machen. Und mehr Fels. Und noch mehr langes Gras. Ja. Passt. Okay. Qualität der letzten Mahlzeit. Die Qualität stellen wir um, sobald wir können. Die Sauberkeit wird bald gemacht. Die Pflanzen sind nicht richtig. Und die Lebensqualität. Und die Leute kommen. Das heißt, ich brauche jetzt ganz schnell... Na, was heißt ganz schnell? Ich habe Pause gedrückt. Ich brauche unbedingt wieder Geld. Weil die... Was war denn jetzt so teuer? Die Wasseraufbereitung war 2000. Das weiß ich. Ich brauche... Äh... Spendendosen. Und eine Infobox. Warum gehe ich nicht gleich da rein? Dass sie auch informiert bleiben, weil sonst sinkt mein Wert und das will ich nicht. Kein Strom hier. Hm. Geil. Kriege ich hier noch irgendwie Strom hin? Äh... Nie im Leben. Ob braucht die Tür der Strom? Nee, die Tür braucht keinen Strom. Alles gut. Tiere. Zwei. Was ist hier? Status. Ausrufezeichen. Was ist denn los? Verletzt? Warum bist du verletzt? Ah, ich... Na gut, ich stecke die nie in Quarantäne. Dann... Lass ich mal einen Tierarzt kommen. Ah, der da... Der wird sich freuen. Der darf sehr lang weit laufen. Ah gut, dann ist hier erstmal nur eine Spendendose. Und wir kümmern uns um die Pflanzen. So, jetzt noch Mahlzeit. Unsere Zollgruppe. Zu wenig Jungtiere. Ja, das könnt ihr gerne ändern. Das ist nicht mein Problem. So, die sind ganz am Staud über die Löwen. Die Tümp... Die Tupfmyäden könnt ihr irgendwie nicht sehen. Und sie haben Hunger. Sie haben eben auch aber immer noch Durst. Und Bildung. Oh Gott. Inkorrektes Geschlecht, noch werktes Zebra. Das heißt... Tiere... Ich glaube, ich habe Zebra nie freigelassen oder verkauft. Joa. Das sind so einige. Du, du, du... Du und du... Du... Ich hoffe mal, es gibt keine Inzucht ins Handelszentrum. Ich würde sie auch gerne freilassen, aber ich brauche das Geld. Ich bin... Ein sehr schlechter Tier. Was? Die bringen sehr wenig. Zebras sind nicht viel wert. Und eins davon... Das hier kann ich nicht verkaufen. Warum sind Zebras so wenig wert? Dann bleibst du irgendwie. Ich hoffe, das entspannt die Lage. Tierarzt hat sich lange nicht mehr um Gehege gekümmert. Das ist... Das Gehege. Ach, die Hunde. Oh Gott. Äh, Tierarzt. Tierpflege hat sich lange nicht mehr um Gehege... Leute, das ist gleich nebenan. Warum seid ihr da nie? Was ist hier los? Hier steht doch eine Eins. Sagt's mir. Was ist los hier? Ich kann's nicht sehen, weil... Irgendwie will der nicht weiter runterscrollen. Jetzt. Ist doch alles gut. Obwohl eins ist gestresst. Was ist hier los? Du da. Was ist los mit dir? Du bist einfach nur gestresst. Ja, dann geh in deinen Rückzugsort, würde ich sagen. Ach Gott, dieser Zug ist so dumm geplant. Okay. Ich habe mich endlich um alles kümmern können. Die Geparden sind nicht mehr gestresst. Und das ganze Geschlechterverhältnis in dem Zoo ist wieder hergestellt. Das war auch irgendwann schrecklich, weil sich alle vermehrt haben. Zu viele Männchen, zu viele Weibchen irgendwo waren. Und... Oh ja, schön. Die Steppen zäppen. Nein, keine Inzucht betreiben. Nein. Das ist deine Schwester, Mann. Alter. Was ist falsch mit dem Zoo? Wie viele Zebras habe ich denn? So viele habe ich gar nicht. Ja, okay. Jetzt ist deine Schwester halt schwanger. Okay. Oder deine Mutter, oh Gott. Die ist gestresst. Ich weiß auch nicht, was die hier haben. Das ist mein Soulmate. Gerade. Äh, was ist hier? Tierarzt war lange nicht da. Okay. Ja, das muss ich schon die ganze Zeit machen. Das habe ich die letzten weiteren 20 Minuten getan. Mich die ganze Zeit um die ganzen Tiere gekümmert. Ich will jetzt aber eigentlich nur noch ein paar Bivarien platzieren. Und die Zeit schneller laufen lassen, bis die Löwen sich gepaart haben. Und die Bivarien ziehen mehr Leute an. Und wenn das alles klappt, haben wir den Goldstern. Und können hier weg. Bitte. Ganz schnell. Okay, ich versuche ein paar Bivarien zu platzieren. Und wir sehen uns gleich. Oh Gott, nein. Nein. Der Löwe ist ausgebrochen. Und der Löwe hat ja Nachwuchs. Das habe ich ja nicht mitbekommen. Ich war ein bisschen weg. Süß. Aber jetzt ist er ausgebrochen. Oh Gott, ich brauche nur noch die Besucher. Er darf jetzt nicht die Besucher verschrecken. Oh Gott, warum war ich weg? Notfalleinfang. Ist mir egal, ob es 1000 kostet. Ich verdiene eh genug Geld. Und hier muss ich erst darüber geklettert. Techniker wurde angefangen. Ich stelle jetzt noch ein Techniker ein. Soll ich direkt drum kümmern. Oh, meine Güte. Und Barriere. Kann ich hier noch so einen Überkletterschutz machen? Oben flach. Unten angepasst. Nein. Okay, alles gut. Alles gut. Nur noch 250 Besucher. Rete. Lass jetzt einfach die Besucherzahlen steigen. Ja. Ja, ich hab's. Ah, ich brauche nur 2,6. Oh Gott. Und da diese Programme so erfolgreich sind, werden wir in Sachen Wildtierpopulation echt was bewirken. Oh, schön. Endlich vorbei. Über den Tor, wenn man das so sagen kann. Aber jetzt ist das auch dein Vermächtnis. Aber nicht im rechtlichen Sinn. Denn glaub mir, der Papierkram ist ein Albtraum. Oh, willkommen. Nun, bevor ich deine Talente auf unser nächstes Projekt. Leg dich auf dein Tier, auf deinen Sohn drauf. Okay. Das ist süß. Beschränke deine Anstrengungen zur Arterhaltung nicht auf dem Zoo. Denke an den ganzen Planeten. Strom zu sparen kann genauso wichtig sein, wie Tiere zu erhalten. Nutze öffentliche Transportmittel. Recycle deinen Müll. Das ist wirklich wahr. Wie mindestens einmal in der Woche in der Umgebung Müll aufzusammeln. Außerdem hält mich das jung. Ich wünschte nur, es hätte auch meinen Haaransatz jung gehalten. Nun, die Arktis ruft mich. Wir sehen uns in ein paar Monaten. Okay, liebe Leute. Das heißt, Goodwin hat uns abgestempelt. Nein, er hat es abgesegnet. Der Park ist vorbei. Ich hatte auch Spaß damit, aber ich habe mehr Spaß damit, einen eigenen Zoo zu bauen. Und ich finde das Prinzip, dass das hier einmal rum geht, echt dumm für die Besucher. Denn die sind irgendwann echt hart gestresst, wenn sie irgendwann hier ankommen. Und ja, es lief nicht alles so gut. Die Bahnen sind aus irgendeinem Grund wieder leer. Da waren mal so viele Leute, ich weiß nicht, was da immer schief geht. Kann ich mir doch mal angucken. Wie viel habe ich daran verloren oder gewonnen? 16.000. Hey. Immerhin ein bisschen gesunken. Aber gut, das war es mit Afrika. Wir sehen uns das nächste Mal bei einem anderen Zoo, der hoffentlich nicht ganz so stressig ist. Und besser geführt ist vorher. Naja, jetzt läuft der wenigstens. Okay, lasst ein Like oder einen Kommentar da, wenn euch der gestresste Taylor gefallen hat. Diese Aufgabe hat jetzt zwei Stunden gedauert, meine Güte. Und wir sehen uns das nächste Mal bei einem Planet Zoo oder bei irgendeinem anderen Projekt. Wir werden wahrscheinlich schon 2020 haben. Ich hoffe, ihr hättet einen guten Rutsch. Ich glaube, das habe ich euch gar nicht gefragt. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.